Hallo zusammen, ich bin böser Gummibom und willkommen zu einem weiteren Video, wo wir drüber reden, was wir als nächstes machen wollen in Sibmeier's Civilization 6 Rise and Fall. Also ich rede, ihr hoffentlich schreibt. Wir haben jetzt fast alle Szenarios durch. Es gibt nur noch das Alex-Szenario, das ich jetzt nicht gerade unbedingt spielen muss, weil wir jetzt ein paar Szenarios hintereinander gemacht haben. Irgendwann ist es dann auch wieder genug. Ein normales Spiel, würde mich daher eher ansprechen. Aber mit irgendeiner Art von Challenge dabei wäre cool. Ich habe mir jetzt selber noch gar nichts überlegt, weil wieso selber nachdenken, wenn man das outsourcen kann? Oder zumindest versuchen kann, es outsourcen. Ich weiß nicht, ob wir eher irgendeine generelle Challenge machen wollen oder irgendwie versuchen wollen, irgendeinen ZIF-Bonus oder eine ZIF-Spezialfähigkeit oder Spezialeinheit möglichst auszunützen. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich kriege viele vor Kreativität nur so sprühende Vorschläge. Aber vor allem viele. Und dann werde ich mir einen davon aussuchen. Oder irgendwelche zusammen verschmelzen. Oder mir selber was überlegen. Ich kann auch was sagen. Eins von diesen drei Sachen werden wir tun. Gottheit werden wir halt spielen. Wie immer. Damit ich das in den Titel geben kann. Wenn ich schon sonst kein Clickbait mache. Alright? Irgendwas muss ich im Titel haben, was gut ankommt. Alright. Ich freue mich auf die nächsten Kommentare. Bis dann.